Herzlich Willkommen liebe Leute zu einer krassen geilen Runde von Ein Schuss in Fortnite zusammen mit Online-Joe, Debatrawler und Wichse-Souls. Also mit dem ganzen Squad. Ich bin auch dabei Leute. Und wieder gestimmt. Aber er spielt nicht mit. Ja, hier ist jetzt der ganze Squad aus dem letzten Stream am Freitag. Und ja, mal gucken ob wir genauso gut im PvP sind, im Snipen, wie wir im Bauen sind oder im Diamanten finden. Ey, ja hab die Greifer. Geil. Scheiße, keine Waffe. Ey, das mache ich immer bei Mädels. Ich komme die Sonne an ihre *** an so. Hallo. Oh, geil. Ja, Gewehr. Mag ich am liebsten. Oh. Für Nu- Mandarwena. Huiiii. Kannst du das? Ja. Da warst eigentlich die Heide-Zieg-Folge aus. Ich hab'n paar gehört. Ja, ja. Ja. Leute, ich höre Gegner. Kommt mal her, kommt mal her, kommt mal her. Erstmal kaff' ich rein, weil der hat nur ne... Der wurde in der Wohnung, der kann die jetzt vielleicht nicht rein runterbauen. Stimmt. Und bei mir war keiner. Bei mir auch nicht. Wusste, die Gastsockers war Schwule? Klar. Jetzt kommt gleich so... Ey. Ich bin zwar gemutet, aber ich kann euch immer noch hören, ne? Nein. Oh mein Gott, bei mir sind die Gegner. Ja, ich weiß. Und... ja, haut ab. Oh, bei Luke ist ein Gegner, aber... Also echt, ich meine... Leute, ist der Gastsockers... Da kommt ein Quad! Da kommt ein Quad! Schack! Jawoll! Auf! Warte, wir bauen ein Skybrink! Warte, warte, warte! Warte, warte! Nee! Na gut! Dann gib aber auch... Dann gib aber auch mal Vollgas, ne? Weil das die Deiner! Weil das die Deiner! Weil das die Deiner! Das die Deiner! Leute! Ja, ich seh! Scheiße! Bin fast so gekommen! Ich muss mal einen hohen Urlaub machen! Ich seh sie nicht! Wo sind sie? Wir müssen sie ja nicht puten, oder? Doch, doch! Da oben? Ach doll, da! Stimmt! Ich schaue dich! Jo, wir ballern ja einfach alle ab! Schade! Ich wollte unter den schießen, damit er in den Schuss reinfällt! Wer den Kill macht, der kriegt geiler Musik hinter! Vergesst es nicht! Nein! Nein! Leute, ich fliege in die Zone! Ich fliege in die Zone! Okay, okay! Ja, der fliegt auch nicht in die Zone! Nein! Oh, das wird schon close! Ah, da ist er! Eis auf! Er ist genau vor meinen Augen abgehauen! Ich bin jetzt schon! Heads up! Ist er tot? Hallo! Hallo! Nee, da liegt noch einer! Er geht zur Flugzeugstation! Leute, ich werde sterben! Nein! Mach's gut, Leute! Wir waren eine schöne Runde mit allen! Komm doch nicht! Ach, komm! Ja, das soll ich machen! Bei mir ist ein Gegner! Und ich habe keine Waffe! Ja, Luke! Was machst du denn da? Tschüss! Mach's gut! Was? Hä? Ist er... Oh! Ja, ist er wirklich klar! Das stimmt! Ich habe den Schaden geschaut! Wie läuft! Denp didem denp dennx! Denp didem denp dennx! Denp didem denp dennx! Boah, Luke! Er hat mich jetzt fast weggeschlagen, Alter! So, ok! Kann losgehen! Der Kampf beginnt! Der Kampf beginnt, hab ihn. Der Kampf beginnt, hab ihn. Was hat er so? Hab ihn jetzt. Ja, der hat das gefeuertes Luftgewehr. Cool. Habt ihr irgendwie Munition? Nee, nicht viel. Nee, ich hab noch 150. Ich brauch die eigentlich selber, weil... Ja, und ich hab 26. Ich hab 5. Ich hab 5. Ich seh ihn, wo er hinfliegt. Der fliegt zu Polar. Nein, ich nicht. Da ist jemand. Wo? Da hinten, bei den Bäumen. Ah, ja, cool. Wir wollten dem anderen grad hinterher rinnen. Ja, lass doch den da hinten nehmen. Welchen? Also, das sind 2. Ich weiß nicht, ob wir fighten, aber wie geht's da drücken. Jaja, passt schon. Dann probieren wir's. Oh, kriegst du. Oh. 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 Beide Fails. Wie? Ich bagge jetzt voll rum, Leute. Ich hab krank Auge. Auf dem Berg ist auch noch einer. Okay. Hab noch einen. Auf dem Berg ist auch noch einer, Leute. Oh. Du kriegst zweimal geile Musik. Ich hab... Okay, warte. Ich verlass nur. Leute, einer kommt. Einer ist bei mir. Einer ist bei mir. Einer ist bei mir in der Stadt. Hinter euch. Hinter euch. Er ist hinter euch. Er will euch. Seht ihr ihn? Seht ihr ihn? Seht ihr ihn? Seht ihr ihn? Ja. Nice, nice. Okay, okay. Ich krieg euch gar keinen Kill ab, Alter. Ja. Oh, oh. Ich wurde von da hinten abgeschossen. Irgendwo von Polarpiek. Wir machen alle Auge auf uns. Wir machen alle Auge auf uns. Oh, scheiße. Wir werden von überall attackiert. Nee, erst mal Sicherheit, Alter. Wir... Ich will ja nicht... Wir... Ich will ja nicht sterben. Ich will ja nicht sterben. Er ist... Er ist da oben auf der... He? Da hat der Wind Block gebaut. Da hat er links... Da, die Wind Block gebaut. Oh. Hier mal geile Musik, Alter. Die will ich haben. Die will ich ja. Die will ich ja. Erst mal aufm Berg, aufm Berg, aufm Berg, aufm Berg. Oh. Ah, scheiße. Ich hab ein Megaproblem. Ah. Der hat sich wirklich beitreten. Ich versuch, dein Verzüge wirklich besser zu treten. Aber... Ich hab's Angst, dass ich jetzt so richtig scheiße getroffen werde. Von dem. Ah. Der geht jetzt gut, Alter. Der hat so... Ja. Ich hab keinen Bock, dass der nicht schnell... Ja. Es leben noch... Sech... Äh... Viel Leute. Wie doch einer hoch? Auf welchen Megaproblem eigentlich? Hä? Was ist das so? Was ist das so? Was ist das so? Ach, that one? Oh, weh. Nein. Ich hab keinen Lust, dass das one ist. Ja! Oh, Esel genommen. Komm. Immer springen, immer springen, immer springen. Oh, Esel. Oh, Esel. Ah, scheiße. Das schaff ich nicht. Macht keinen Austausch. Hä? Was soll ich denn sonst machen? Der Kiel. Oh, nein. Christiano. Hallo, Chrissy. Ja, es war wohl ein Team. Komm, was macht eine Runde zum... Chrissy. Schade. So, Leute. Jetzt sind wir nur mit... Nur mit Jasper hier. Und wir sind... Wir haben zwei Zuschauer... Zwei Fans haben wir hier am Start. Und... Ja. Wir fliegen... Wir gehen nach Tilded. Und was machen wir da, Jasper? Äh... Natürlich alle Tilden. Und was für eine Challenge machen wir da? Äh... Die McChicken Challenge, weil wir haben einen... äh... Chicken-Sinenser. Also... Also nein, gut. Die Challenge... Die Challenge ist, wer erstes 20 Kills hat. Okay? Wir machen... Wir machen mal zwei Kills. Okay. Okay. Einverstanden. Wir sind ja zu gut. Und wir wollen ja nicht, dass... Also... Wer zwei Kills hat, so aufhören, weil... Weiß ich... Ein Gegner hat... Die denken dann immer so... Ah... Der hackt. Sonst bin ich gemeldet. Ja, genau, genau. Ich geh ins Taco-Haus. Du auch? Nein, ich weiß nicht, dass ich da mal runterkomme. Aber... Ich geh dann gucken. Es wäre ja cool, wenn wir eine Tour bekommen, als ob es so eine mega Geiz ist. Ich stell dir vor, das sind so echte... Das sind wirklich Fans, so. Die mögen mich so richtig. Ich geh zu diesem Baum da, der da ist, okay? Und da hat sich einer was geholt. Ey, das fehlt! Ach komm. Erstmal muss ich einen versuchen mit der Spitzhacke zu töten. Ja, ich kann nicht. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Wie viele sind denn das? Boah, hier geht's voll ab. Ich versuch zu fliehen, aber... Es ist glaube ich aus. Okay, einer ist tot. Warum klatsch? Warum klatsch? Warum klatsch? Warum klatsch immer, wenn du... Man... Ja, erst mal. Warum? Bist du tot? Nee, nee, endlich! Nein! Warum bist du... Warum... Warum machst du das? Ich dachte, wir wollten jetzt richtig geil spielen. Ich hatte halt gesehen, was man... Schlecht man. Nee, nee. Jetzt... Jetzt werde ich tot nicht mehr in dem Sieg. Auch ohne mich. Jetzt werde ich hier nicht überlegen. Ich habe gewählt. Das werde ich hier nicht überlegen. So. Ich schläge ja die ganze Zeit ein. Weil ich... Weiß nicht, wie es ist. Ach, da sind sie. Boah, das war durch Stichfall drückt. Nice. Okay. Ähm... Ah, schau. Scheiße! Tschüss! 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 Tschüss!